Herzlich willkommen zur vierten Staffel von ganz oder gar nicht die FCM Fragerunde. Heute bei uns zu Gast unser Abwehrspieler Daniel Heber. Grüß dich Daniel. Daniel, du warst schon mal bei uns zu Gast. Eine wichtige Frage gleich zu Beginn. Essen oder Magdeburg? Beides. Das hast du auch schon damals gesagt. Wir brauchen eine Entscheidung. Es ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe bei Essen viel Zeit verbracht, eine wichtige Zeit für mich und Magdeburg hat mir die Möglichkeit gegeben, hier 2-10 Bundesliga zu spielen. Deswegen kann ich mich nicht entscheiden. Wir haben es versucht. Du hast sich von Beginn an beim FCM super etabliert. Wie siehst du deine Zeit bisher beim Klub? Wir haben gut angefangen Anfang des Jahres 2023 und an diese Zeit wollen wir einfach wieder anknüpfen und guten Fußball spielen und die Leute überzeugen. Wie schätzt du die 2. Bundesliga insgesamt ein? Ja, kann man schwer einschätzen. Deswegen würde ich sagen, jeder kann gegen jeden gewinnen und die 2. Bundesliga ist glaube ich die beste 2. Liga in der ganzen Welt. Was schätzt du an Magdeburg besonders? Die Fans, die Leute. Große Frage natürlich für einen Abwehrspieler. Notbremse und rote Karte oder durchlaufen lassen und Gegentor? Ja, definitiv rote Karte. Dein bester Gegenspieler beim FCM bisher? Barisch. Barischartig. Dein Lieblingsort, in dem ein Trainingslager bisher stattgefunden hat? Spanien. Das war, ich glaube Barcelona. Ja, Barcelona war das. Nee, Barcelona. Dein Lieblingsessen? Cella Freis. Dein Lieblingsverein, natürlich neben und nach dem FCM? Ich habe keinen. Was ist für den FCM in dieser Saison drin? Dass wir uns etablieren in der 2. Liga, dass wir unsere Leistung zeigen und dementsprechend Resultate einfahren. Trikot Nummer 14 oder Nummer 15? Nummer 14. Warum? Ja, das war die Zeit in Essen, wo wir aufgestiegen sind. Aber dennoch hat die Nummer 15 wichtige Bedeutung. Mein Debüt in der 2. Bundesliga. Alles klar, Daniel. Danke vielmals. Bitte.